Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier von meinem Kanal, wir spielen wieder Valheim, Darko ist auch dabei, ich entmüge mich mit Discord und weiter geht's. So, äh, hat der jetzt alles durchgeradert? Ja. Gut, ähm, aktuell 29 Eisen sind hier und ich hab noch sieben Stück im Gepäck. Gut. Also 26, ja 26 Eisen, geht man hier zusammen. Willst du dir die Sachen dann selber herstellen? Kannst du gerne machen, ich hab da keinen Drang zu, bin ja hier noch eh etwas unterwegs. Okay, denk dran, ähm, da, das, äh, der Umhang und das Schwert sind noch, äh, bei der Base, ähm, bei der Ebene. Ach, das Schwert, das Schild und der Umhang. Ach, bei der Ebene oder so? Ja, ich kann's dann auch gleich holen gehen. Ich baue bis immer durchs Portal, Lofen. Das sollte nicht das Problem sein. Also, mach mal einmal Schwert für dich. Ähm, was brauche ich noch dazu? Bestimmt irgendein Holz, was wir nicht haben. Edelholz. Haben wir Edelholz? Natürlich nicht. Ich muss doch in die Ebene. Siehst du? Kann ich schon gleich das Zeug mitnehmen. Ach ja, ach ja. So, umhang und, äh, Schild. Und Holz. 23 haben wir hier. Boah. Okay, ich hoffe, das reicht fürs Schwert. Gut, dann mache ich das in der Hauptbase, alles in den Kahn draußen rein. Bin zu faul, eine Kiste zu bauen. Hopp. Das, das. Äh, das einmal alles nehmen. Und Schwarz Metall Schwert. So, Upgrade. Upgrade kostet einmal 10 Metall und 5 Zwörn. Und Stufe 3, 20 und 10 Zwörn. Ja, geht nur Stufe 3, äh, bis Stufe 3, wie ich das habe. Dann haben wir nur noch 22 Schwarzmetalle. Passt ja dann. Jupp, ähm, der Zwörn kommt draußen rein, die Kohle kommt da erst einmal rein. Oder brauchte ich für deine Eisensachen auch Zwörn? Ja. Ne, was ist Zirn? Die aufgewickelte Wolle? Ja. Ja, brauchst du. Ketten, äh, hier Eisen. Du hast jetzt bis jetzt nur die Brustplatte. Ja, ja. Dann mache ich dir erst einmal die Beinschienen einmal. Und den Helm einmal. Und ich kann einmal das jetzt aufwerten. Mit dem einen Eisen kann ich den Helm noch aufwerten. Nee, hä, wo ist der Helm? Der braucht natürlich 5 anstatt 3. Willst du mich verarschen? Gut, Eisenmangel. Bringt ja nochmal ein bisschen was. Also für die Beinschen brauchte ich jetzt zum Aufwerten Stufe 2, 3 Eisen. Ich denke mal, Brustplatte sind dann auch nur 2 Eisen. 5 Eisen für den Helm aufwerten. Also ja, es dürfte nicht mehr so viel sein. Ich habe ganze 13 Eisen im Gepäck. Das ist einmal Brustplatte, einmal Helm. Dann hättest du noch 5 übrig. Ich glaube, 6 sind, brauchst du dann wieder, um Stufe 3 zu erreichen. Ja. Muss man wirklich einfach mal in eine Krypto reingehen. Weil dieses Untertage abbauen, das bringt es nicht. No. Ich gucke gerade, ob wir hier vielleicht noch irgendwo Eisen haben. Aber leider nicht. Nee. Nee. Auch nicht. Alter, deine Kisten haben ein richtiges Durcheinander, weißt du das? Ich habe meine Kisten halt so sortiert, da ist Bronzerrüstung mit Waffen drin. In der zweiten ist halt Eisen. Dann Silber. Dann habe ich eh eine frei. Und in der letzten ist dann halt so Werkzeug und der ganze Quark halt der Rechen und sowas. Ja, hast recht. Bei mir gibt es überhaupt keine Ahnung. Ja, ist ja nichts Neues mehr bei dir. Hey. Die Ordnung in Zierpulis habe ich gemacht. Und die Ordnung bei Astroblock komme ich nicht klar. Ja, da braucht man auch nicht wirklich von Ordnung reden. So, einmal hier. Hier wird wieder Mehl hergestellt. Aber hat genau gereicht, um wieder 50 zu machen. Schön. Ähm, da werde ich tatsächlich mal ein bisschen Brot herstellen. Hattest du doch. Eins aus Versehen. Weil es braucht 10 Gerstenmehl für einen Brot. Oh nee, ich denke jetzt ja. Da hebe ich mir das lieber auf für die Loxpaste. Aber dafür brauche ich das ja auch, oder? Ja, da brauche ich nur vier Stück. Allerdings auch vier Loxfleisch. Und das ist nicht so einfach zu bekommen. So, da kommt das rein. Da kommt der Quark rein. Findest du, was du suchst? Ich höre nur die Kisten auf und zu gehen. Wo ist denn der Karren? Ja, der ist hier links neben der Tür. Alter, Wolf, du bleibst draußen. Du kommst hier nicht rein. Vergiss es. Nein, geh weg. Geh zu deinen Artgenossen. Mann, Mann, Mann. Der findet aber immer den Weg ins Haus. Kommt der schon wieder an. Hä? Was denn? Mein Umhang ist recht resistent gegen Ike. Ach, vergesse es. Ich hab da mal echt Eke. Jetzt krieg's. Oh Gott, Darko. Das wär doch auch cool. Hey, Darko. Darko. Nö. Nö. Darko, schlaf in. Nö. Oh Gott. ein bisschen ähm, willst du mein Schild dafür haben? ich hab doch ein Schild achja, ne stimmt irgendwie ich brauch nur Drachenschuppe um das abzu- Crane boah, dann gehst du halt hier rein, ist mir scheißegal, also dann geht er halt da rein hast du noch Blutekel Marmelade oder wie die hieß? Pudding? Blutekel Pudding? ich hab nur noch fünf Stück im Gepäck so 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 Ja, was machen wir jetzt? Wollen wir mal in irgendeine Himmelsrichtung segeln? Mit dem kleinen, großen? Mit dem kleinen. Ich weiß ja nicht, ob das große schneller ist. Hat ein größeres Segel, aber hat vielleicht auch mehr Volumen, was bewegt werden muss. Ja, ich war aber in der Meinung, es wäre schneller, aber wenn wir durch kleine Flüsse kommen, dann geht das natürlich gar nicht. Das ist es ja halt. Und wir müssen erstmal überlegen, in welche Richtung wir fahren. Ich sitze. Und die Frage ist, nehmen wir Baumaterial für ein Portal mit? Falls wir irgendwas interessantes finden. Wäre vielleicht von Vorteil. 20... Ach ne, wir brauchen bis 4... Nehmen wir nur 4 Augen mit. 20 Augen. Und das Edelholz müssen wir dann unterwegs fahren. Wenn wir mal welches finden, ne. Dann würde ich sagen, tue ich mal das 99er Portal kurz in 98 umbenennen. Falls wir... 98 verbunden, hä? Nicht verbunden, gut. Falls wir doch was finden, wo wir dann nochmal zurück müssen, ne. Also welches nehmen wir jetzt? Groß oder klein? Nein, hätte ich jetzt gesagt. Du hast Rückenwindfähigkeit, du fährst. Ich habe Rückenwindfähigkeit, fahre aber rückwärts. Wohin müssen wir jetzt überhaupt? Ähm, West... Äh, ne, Osten. Einfach Richtung Osten fahren. Das wäre nicht über den Ozean, über alles. Ne, nicht über den Ozean. Da kommen schon Inseln. Äh, so. Also und noch bringt mir meine Fähigkeit nichts. Weil wir ja erstmal durch dieses winzige etwas da durchgehen. Ne, du kannst jetzt hier geradeaus sogar fahren. Oder zumindest da drüben an der, äh, rechts an den Dingern lang. Dann kommen wir nämlich... Das ist aber Westen. Das ist Ost, ne. Westen ist in die Richtung. So, ja, vergess es. Osten ist in die Richtung. Also... Na gut, dann... Lohnt sich die doch. Weil, äh, der Ostrad ist halt... Äh, näher dran. Als das andere. Ich würde eigentlich sagen, wir sind ziemlich genau in der Mitte. Äh... Wir sind perfekt in der Mitte. Gut. Seh ich nicht so. Das hier. Das war die 4. Äh... Dann kann das da weg. Das hab ich ausgemärzt. Das kann weg. Ähm... Das Boot hab ich kaputt gemacht. Das kann weg. Das Boot hab ich kaputt gemacht. Hattest du jetzt ein Portal Material mitgenommen? Jaja, bis auf Edelholz. Da haben wir ja nix. Lol, ich kann nicht raus scrollen. Zumindest nicht so weit. Interessant. Aber haben wir doch das kleine Boot. Beim großen kann ich nicht raus scrollen. Ja, wenn ich hinten, also am Steuer kann ich richtig schön weit raus zoomen. Hier nicht. Da guck, du siehst doch bestimmt auf der Map, wo dann Osten die zwei Inseln so zusammenkommen. Wenn man es so nimmt, wie hier so ein See, wo wir gebaut haben. Dort dann einmal kurz nach unten fahren, zu dem Schriebsel. Und dann haben wir dort schon die nächste Insel aufgedeckt. Wobei, ich lasse dir die Entscheidung ungefähr erst. Einfach straight gehen mussten. Wenn wir eine Seestande finden, dann natürlich drauf einkloppen. Ich hätte die Frage, wenn wir den Zipfel da nach unten fahren. Ich habe eine kleine Insel mehr aufgedeckt. Also ich weiß nicht, ob da rechts dann noch eine Insel ist. Ja, ist eine Insel. Weil ich habe dort schon ein Stück aufgedeckt. Okay, ja dann können wir das gerne machen, weil da halt keine ist. War das nicht da, was ich zum Anfang, bevor du mitgespielt hast, aufgedeckt hatte? Ich glaube. Aber du kannst auch, wenn du hier weiterfährst, dort haben wir ja noch ein großes Gebiet unaufgedeckt. Da ist auch noch mal eine Insel. Ich hätte halt die Apule mitnehmen sollen für die Seeschlange. Wir sind ja außerdem nicht nur an der Seeschlange geradeaus, sondern nach Osten. Ja, du weißt schon was. Ja. Wir sind nach Osten aus, hä? Ich kann mittlerweile eine Maipole bauen. Bitte was? Ein Maibaum. Heißt Maipole hier drin. Okay. Und halt das Drachenbett. Was bringt einem das? Das Drachenbett? Nein, Maipole. Keine Ahnung, das ist nur Deko. Und ein Drachenbett ist wahrscheinlich eine Art Bett. Zum Schlafen, ne? Das ist sehr groß. Das ist halt auch mit Pelz und allem drum und dran bedeckt. Also als modernes Bett. Ich regiere gerne, wo ich jetzt hier links abbiegen soll. Ähm, ja. Na guck mal, wenn du links nach vorne guckst, so leicht siehst du sogar das Festland. Okay. Na guck. Du kannst hier schon einlenken. Hier bin ich auch rüber gebrettert. Und dann links, rechts rum? Ähm, links rum und dann nach Ufer weiter. Vielleicht findet man ja noch ein Grab von mir. Von der Anfangszeit. Ich glaub, das war wirklich hier, wo ich damals gestorben bin, durch die Seeschlange. Was echt ein dummer Zufall war. Ja. 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 Und was kostenlos wiedergiblet豚. Geil. Wir müssen eigentlich hier... Da Richtung Dunkelwald, genau. Linksrum oder rechtsrum von der Insel aus? Da, in die Richtung wo ich gucke. Da ist Ostzimmer. Ich sehe keine Richtung in der du guckst. Weil dein Segel im Weg ist. Warte. So, besser. Da mache ich genau alles, was ich gesehen habe. Ich kann einfach ein Stück näher kommen. Gucken, dass ich mich irgendwie drehen kann. So. Da war ein Stein, im Übrigen. Oh. 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 Ich würde ganz gerne dich hinsetzen. Ich müsste kurz Pause mal. Wow. Danke, dass der Rückenwind weg ist. Der ist schon die ganze Zeit weg. Schon seit länger. Ja. Oh. 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 Wie. Oh. 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 Bis dahin bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye!